Wann bist du wieder in Mexiko? Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle Mexikaner an der Stelle. Und auch an Justine. Der Kai Bolt fragt, willst du jemals wieder Fleisch essen? Das ist eine sehr gute Frage, Bruder. Würdest du auch wie der Brodie Andrew Tate Frauen virtuell anschaffen schicken? Mit Nico viel über das Thema geredet so. Und der ist dann auch, der ist dann Veganer geworden. Pelze denn, motherfuckers. Gib mir die Pelzi-Vibes. Hast du einen Tipp gegen die Angst vor Erfolg? Vertrau einfach. Vertrau auf dich, vertrau auf dein Herz, vertrau auf Gott. Und geh den Weg. Straight forward, Bro. Yes, Digga. Ich bin jetzt auf jeden Fall seit ungefähr zwei Wochen schon nicht mehr richtig fit. Also ich war krank gewesen. Und meine Mom hat mich angesteckt an dem Tag, als ich nach Hause gefahren bin. Also ich hab mich dann um sie natürlich ein bisschen gekümmert. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, hat es mich auch erwischt. Und ich bin jetzt schon wirklich seit zwei Wochen nicht mehr richtig fit. Ich hab gestern versucht, das erste Mal wieder ins Gym zu gehen. Und hab sofort gemerkt, wie meine Lunge und meine Luft einfach nicht mitmacht. Kreislaufprobleme gehabt und so. Und hab dann nach einer Stunde des Trainings so abgebrochen. Und das ist schon heftig für mich so. Weil ich bin es überhaupt nicht gewöhnt, irgendwie schwach zu sein so. Ich war das letzte Mal so krank, war ich vor fünf, sechs Jahren das erste, das letzte Mal. Also es hat mich wirklich erwischt. Aber es geht glaube ich vielen Leuten so, ne? Viele Leute sind erkältet. Viele Leute sind krank. Das Wetter hinterlässt seine Spuren auf jeden Fall. Aber mir geht es schon, also so Gemütszustand, technisch, wenn ich jetzt nicht groß was mache, geht es mir eigentlich gut so. Aber wenn ich dann ins Gym gehe oder wenn ich irgendwelche körperlichen Aktivitäten mache, auch schon morgens beim Yoga und so, merke ich, Digga, Pumpe und so. Ich bin einmal nicht fit. Und aufhören, sonst Herzmuskelentzündung it in, man. Ja, Bruder. Auf jeden Fall, wenn man krank ist, ein bisschen langsam machen. Auch mit Training. Ist halt scheiße, Digga. Zwei, drei Wochen kein Training so. Also für alle Trainierenden hier im Chat, für alle Trainierenden unter euch, ihr wisst ganz genau, wie das ist. Man fühlt sich wie der Größte. Punkt, 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 wenn man mal zwei, drei Wochen nicht ins Gym geht und man denkt, man verliert alles sofort wieder. Und das ist einfach ein undankbarer Sport, Digga. Ja, deswegen ist so eine Zwangspause auf jeden Fall für mich ist es eine schwere Sache. Viele Leute müssen sich zwingen, ins Gym zu gehen. Ich muss mich eher zwingen, wenn ich dann krank bin oder wenn ich mal Ruhe brauche, dann muss ich mich eher zwingen, nicht zu gehen. Fällt mir schwer. Fällt mir echt schwer. Wann bist du wieder in Mexiko? Weiß ich noch nicht, Bro. Grüße gehen raus auf jeden Fall an alle Mexikaner an der Stelle und auch an Justine. Ich habe mir die letzten Tage auch ihre Vlogs reingegeben. So, natürlich haben wir auch immer noch Kontakt für alle Leute, die sich fragen, ob ich noch Kontakt mit Justine habe. Natürlich haben wir immer noch Kontakt. Wir telefonieren regelmäßig, in Anführungszeichen, mindestens so einmal im Monat quatschen wir zusammen. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich würde auch gerne mal mit ihr zusammen live gehen, so über Discord oder über Skype oder, wie heißt es, andere Dinge. Zoom, dass wir mal wieder einen Talk machen. Ich glaube, bei ihr ist auch viel passiert, bei ihr geht auch viel ab drüben in Mexiko. Da gibt es bestimmt die ein oder anderen interessanten Sachen zu quatschen. Auf jeden Fall auch, wenn ich dann wieder back bin in Mexiko, werde ich mit ihr auch wieder einen Talk machen. Ich mag die Justine, das ist echt eine Liebe, das ist echt ein guter Mensch, so. Ich bin froh, dass ich die drüben in Mexiko kennengelernt habe, Bruder. Hast du schon mal Crystal Nets probiert, Bro? Nets it out, man. Der Kai Bolt fragt, willst du jemals wieder Fleisch essen? Das ist eine sehr gute Frage, Bruder. Das ist eine sehr gute Frage. Krass, dass du das auch fragst. Ich habe mich, also ich habe diese Gedanken in den letzten zwei, drei Monaten immer öfter so, kommen diese Gedanken in meinen Kopf rein. Immer öfter denke ich so, wie wäre das eigentlich, wenn du wieder Fleisch isst? Meinst du, das würde dir gut tun? Meinst du, das würde dir nicht gut tun? Was würde sich verändern? Irgendwie spiele ich schon seit ein paar Monaten jetzt irgendwie mit den Gedanken so, mal wieder zu probieren, Fleisch zu essen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, was mich dazu treibt, daran zu denken. Aber ab und zu habe ich die Gedanken und ich glaube, ich werde definitiv in meinem Leben noch mal Fleisch essen. Einfach, weil ich diese Neugier auch in mir habe, dass ich wissen will, was dann passiert, was das für eine Auswirkung auf mich hat und so. Das ist einfach interessant und deswegen denke ich, das wird ein Grund sein, warum ich irgendwann das machen werde. Und dann werde ich euch davon berichten, dann werde ich gucken, wie sich das anfühlt, was für Erkenntnisse ich gemacht habe oder nicht so. Und dann gucken, wie ich in der Zukunft weitermache. Einer hat gefragt, ob ich wirklich vegan bin. Ja, also ich habe mich jetzt wirklich drei Jahre lang komplett vegan ernährt, so. 100% vegan. Und habe auch sehr viel so positive, positive Effekte davon gerade am Anfang gespürt. Und mittlerweile interessiert es mich halt irgendwie wieder, wie es wäre, wenn ich so Fleisch essen würde. Weißt du was ich meine? Mal gucken. Mal gucken. Der AfroArea88 fragt, würdest du auch wie der Bruder Andrew Tate Frauen virtuell anschaffen schicken? Du meinst, ja okay, virtuell anschaffen schicken ist so eine Sache. Was meinst du damit jetzt so Onlyfans-Manager oder so, so, so. Der hat ja so eine Webcam-Agentur gehabt, wo der dann Girls einfach vor Webcams gesetzt hat und da irgendwie dann sein Money gemacht hat. Und tatsächlich habe ich in Mexiko sogar mal mit den Gedanken gespielt, so eine Onlyfans-Agentur beziehungsweise ein paar Mädels dabei zu unterstützen, weil ich ein paar Mädels kennengelernt habe, die in dem Bereich unterwegs waren und auch Mädels kennengelernt habe, die gerne das probieren würden und da gerne was machen würden. Und habe mir dann schon gedacht, so ey, soll ich das mal probieren? Weil ich bin halt, was Content Creation angeht und so Marketing und so, habe ich in den letzten Jahren YouTube, Instagram etc. habe ich sehr viel gelernt und dann habe ich gedacht, das kann ich ja eigentlich nutzen, um denen zu helfen, Reichweite aufzubauen und dann da Money zu machen und ich mache dann einen auf Manager so. Ist ja jetzt kein Zuhälter am Ende des Tages, ist ja eigentlich nur Management, ist ja eigentlich nur Unterstützung so. Aber irgendwie, weiß nicht, Digga, manchmal so Gedanken hatte ich dann, so ethisch-moralische Gedanken, wo ich dachte so, willst du diese ganze Industrie supporten so? So, eigentlich weißt du, dass das nicht gut ist, dass Männer sich da die ganze Zeit irgendwie auf Porno-Seiten abhängen und Onlyfans-Girls abonnieren und da dann ihr Geld verschwenden und so. Eigentlich würde ich das nicht supporten, auf der anderen Seite würden die es so oder so machen. Also ich habe selber mit den Gedanken schon gespielt, ich verurteile das nicht und ich würde niemals sagen, nie. Sagen wir es mal so. Jürgen, was geht ab, man? Stößchen. Jürgen, get in, man. We can go cruisin', we can go cruisin'. Der Vistax sagt, das ist immer wieder ein Phänomen für mich, wenn jemand meint, er ist Veganer. Für mich ist es schon eine Herausforderung, eine Woche kein Fleisch zu essen. Ja, ist alles Gewöhnungssache so, ne Bro? Also, als ich das erste Mal mit dem Thema kein Fleisch essen konfrontiert wurde, war ich auch so, hä? Wie jetzt? Dann isst du ja nicht mehr. Für mich war das auch so, dass für mich eine Mahlzeit keine Mahlzeit war, wenn da kein Fleisch dabei ist, so. Und war auch ganz weit weg, so, ne? Ich habe jahrelang mich von Fleisch ernährt, ich habe jeden Tag Fleisch gegessen, jeden Tag. Meistens zwei oder dreimal, so. Deswegen, ich kann das nachvollziehen, dass Leute sich denken, so, hä, wie soll das funktionieren? Aber dann habe ich es halt einfach aus Fitnessgründen, weil Leute aus dem Fitnessbereich, mit denen ich unterwegs war, das auch ausprobiert haben, habe ich einfach so gedacht, okay, wenn die das machen und gute Sachen berichten und du bist mit denen oft unterwegs und du hörst denen zu, was die erzählen und so und die erzählen von positiven Auswirkungen und dass es denen besser geht, dass die besser schlafen können, aktiver sind und so. Also, diese ganzen Sachen haben mich dann einfach mal dazu getrieben, mal einen Monat lang zu versuchen, kein Fleisch mehr zu essen. Das habe ich dann durchgezogen und in der Zeit, wenn du das machst, dann automatisch beschäftigst du dich auch ein bisschen mit dem Thema, so. Wie aktuell Fleischindustrie aussieht, wie qualitativ hochwertig unser Fleisch ist, was wir aktuell noch haben, so. Und fängst dann an, dich zu informieren und so und kriegst immer mehr Dinge auf dem Schirm, wo du siehst, so, ach du Scheiße, der ist gar nicht so gesund für mich und meinen Körper. Kann auch krankheitstechnische Auswirkungen haben, langfristig. Und, ja, Digga, dann merkst du auch selber, wie du ein bisschen vitaler wirst, wie du ein bisschen besser schläfst und so. Und das treibt dich dann dazu, also hat mich dann dazu getrieben zu sagen, okay, lass mal jetzt einfach weg, so. Am Anfang habe ich immer noch ab und zu Fisch gegessen, das habe ich noch ein Jahr oder zwei durchgezogen. Dann habe ich das auch weggelassen und dann hatte ich immer noch Käse teilweise drin in meiner Ernährung. Und wenn ich so unterwegs war und so, habe ich mir dann so Pizza bestellt, wo noch Käse drauf ist und so, halt nicht komplett vegan. Und irgendwann, das weiß ich noch, in Berlin war das, dann habe ich auch mit Nico, Grüße gehen raus an der Stelle, mit Nico viel über das Thema geredet so. Und der ist dann auch, der ist dann Veganer geworden. Also wir haben viel darüber geredet, der war auch erst Anti und dann irgendwann hat er sich selber damit auch beschäftigt und hat dann gesagt, ich werde jetzt Veganer. Und der ist dann halt voll Veganer geworden, während ich noch ab und zu so Käse und so gegessen habe. Und das hat mich dann eigentlich am Ende des Tages auch motiviert zu sagen, scheiß drauf, ziehe jetzt auch durch, so. Diese paar Ausnahmen, die du machst, die du weißt ganz genau, die kannst du auch weglassen und die irgendwie ersetzen mit anderen Sachen. Und das habe ich dann gemacht und seitdem war ich dann komplett vegan und das habe ich jetzt bis jetzt durchgezogen. Das sind jetzt, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, wann das war. Ich kann es euch auf den Tag genau sagen, wo ich mich entschieden habe, vegan zu sein, komplett. Das kann ich auch Leuten empfehlen, die manchmal so datumstechnische Probleme haben, so wie ich, sich in den Notizen wichtige Daten aufzuschreiben, die man sich gerne merken würde. Auf jeden Fall am 15.07.2018. Ab dem Zeitpunkt habe ich keine tierischen Produkte mehr zu mir genommen. Ja, das war die Story. Hört euch mal den Film auf Netflix, What the Health. Ja, kenne ich, ist geil. Der Levan sagt, also ich sehe nichts Schlimmes daran, Pornos zu schauen. Ich meine, man kann auch viel davon lernen, für die Leute, die halt nicht so viel Erfahrung haben. Echt? Echt? Kann man da was lernen, Digga? Ich weiß nicht. Also ich habe persönlich jetzt nicht wirklich was von Pornos gelernt, so. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich bin eher ein Fan davon zu sagen, lernen im echten Leben. Weißt du, was ich meine? Du kannst auch dir tausend Videos reinziehen, wie man Golf spielt oder reitet oder was auch immer. Und du kannst es dann trotzdem nicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich bin fast überzeugt davon, dass es einige Dudes gibt, die sich seit Jahren jeden Tag Pornos reinziehen, aber selbst vielleicht zwei, dreimal Sex hatten und dann im Bett voll versagen, Digga. Da kannst du dir so viel Pornos reinziehen, wie du willst, so. Ich glaube, es ist eine Sache, wo du einfach im Real Life auch umsetzen musst. Weißt du? Damit du da Dinge lernst. Und ich sage ehrlich, so viel muss man da auch gar nicht, ja okay, doch, ein paar Sachen muss man schon lernen. Ich wollte jetzt gerade sagen, so viel muss man da nicht lernen, aber man sollte sich da auch nicht so viel Gedanken drüber machen. Und den Satz, dass man durch Pornos wirklich lernt, glaube ich nicht dran. Einer schreibt, gerade vom Pornos wird eher deine Sicht auf Sex verfälscht. Ja? Ja, Digga. Ich habe letztens mir irgendwas reingezogen. Was war das nochmal? Da hat ein Typ sich die ganze Zeit Pornos reingezogen und hat dann gedacht, dass das im Real Life auch so läuft. Und dann hat er das erste Mal Sex mit einer Frau gehabt und wollte dann halt Dinge tun, die er in den Pornos gesehen hat. Und die Frau hat gesagt, ey, hast du einen Schaden, so weißt du? Es verfälscht erstmal deine Realität so ein bisschen, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass du abgestumpfter wirst, so. Ich merke zum Beispiel, wenn ich eine Woche lang zum Beispiel mich nicht selbst befriedige und dann Sex habe, ist es eine viel intensivere Nummer, so weißt du, was ich meine? Es macht auch viel mehr Spaß, so. Und du bist wieder viel empfindlicher und so. Es fühlt sich richtiger an, für mich auf jeden Fall. So. Also ich will auch jetzt nicht dieser, ich will das auch nicht so krass so verteufeln, dass ich jetzt sage, so, boah, das ist echt das Schlimmste, was du jemals tun kannst und so. Aber man sollte schon so ein bisschen achten, dass man sich nicht zu krass von diesen Sachen, die da in den Pornos ablaufen und so, dass man sich nicht zu krass da in diese Welt rein vertieft, so. Das würde ich grundsätzlich jedem empfehlen. So, reduziere es ein bisschen, weißt du? Also, Aion sagt Milchkäse eigentlich voll ekelhaft, wenn man überlegt, wir sind die einzigste Spezies, die als ausgewachsene immer noch Muttermilch von einer anderen Spezies konsumiert. Ja, Bruder, ist schon krass, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube auch, dass diese ganzen Milchprodukte und tierischen Produkte, wenn man die im Übermaße konsumiert, keinen guten Effekt auf den Körper haben. Und es gibt viele Dokus, es gibt viele Studien, die das auch irgendwie belegen. Aber es gibt natürlich auch Studien, die das Gegenteil belegen. Die sagen, dass ein gewisser Konsum von tierischen Produkten einem Menschen auch, dass man das braucht irgendwie. Ich bin jetzt nicht so der belesenste Typ in den ganzen Sachen, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Ich bin zwar selber seit drei Jahren vegan, aber ich habe mir nicht viele Dokus, nicht viele Bücher, nicht viele Sachen reingezogen. Ich habe einfach, ich bin so ein Typ aus dem Real Life, weißt du? So, ich höre Dinge, ich nehme Dinge auf, ich teste sie in meinem echten Leben, gucke, ob das mir was bringt. Wenn ja, ziehe ich durch, wenn nicht, lasse ich es weg, weißt du? So, aber ich kann nur jedem empfehlen, sich mal mit dem Thema Milchprodukte vor allen Dingen zu beschäftigen und zu schauen, was das mit dem Körper so macht. Ich glaube, mittlerweile sind sich die Wissenschaftler schon irgendwie einig, dass ein übermäßiger Konsum an tierischen Produkten uns Menschen nicht wirklich gut tut und verantwortlich auch für viele Krankheiten ist. Ja, krass, Digga. Riccardo sagt gerade, bei mir war eine Zeit lang, dass Pornos viel geiler waren als richtigen Sex, weil es mir dann zu langweilig war, fühle ich, fühle ich. Und es kann auch wirklich langfristige Schäden für eine Beziehung auswirken, weißt du? Wenn du dir jeden Tag Pornos reinziehst und irgendwie deine eigene Frau nicht mehr wild genug für dich ist und es für dich irgendwie langweilig ist, dann kann eine Beziehung auch daran kaputt gehen, weißt du? Deswegen schraub den Laden runter, so. Jack Daniels, Jack Daniels, geiler Name. Leon, ich rate dir, dich weiterzubilden in Sachen Umgang mit Geld. Ich beobachte dich schon länger und glaube, dass dir große Steine in den Weg legt. Und stimme ich dir zu, Bro. Stimme ich dir zu 100% zu. Ich bin im Umgang mit Geld echt kein Genie, Bruder. Da habe ich echt, wirklich, da muss ich echt schauen, dass ich mich da weiterbilde beziehungsweise vielleicht auch, offensichtlich mal irgendwann auch ein Mensch in mein Leben kommt, der vielleicht mir dabei helfen kann, so. Ich habe das auch von zu Hause nie so richtig mitbekommen, weißt du? Meine Mom hat nie richtig viel Geld gehabt. Sonst so meine Familienmitglieder, mein Onkel war so mein männliches Vorbild in meiner Kindheit und Jugend und der ist auch so ein Typ gewesen, der hat Geld verdient und rausgehaut. Der hat auch viel gezockt und so. In Form von so Wetten auf Aktien, auf Märkte, auf dies, auf das und so. Ist auch so ein Typ, der kann nicht richtig mit Geld umgehen. Das heißt, ich habe das nie richtig beigebracht gekriegt auch so, weißt du? Natürlich habe ich dann in der Uni ein bisschen was dazu gelernt und habe auch dann mir Bücher reingezogen wie Bodo Schäfer und so, wo ich ein bisschen dazu gelernt habe. Aber Umgang mit Geld, Leon Lovelock Umgang mit Geld ist echt nicht gut. Da hast du gut beobachtet, Bruder, muss ich dir recht geben. Danke für den Hinweis. Ich nehme mir das auf jeden Fall zu Herzen, Bruder. Das ist eine Sache, die muss ich auf jeden Fall ändern, weil, ja, so geht es dann langfristig auch nicht weiter, Bruder. Du bist Single, keine Familie, keine Kinder und gibst hier Beziehungstipps? Nee, Bro. Also ich gebe keine Beziehungstipps, Brudi. Ich gebe keine wirklichen Beziehungstipps, obwohl ich auch sagen muss, dass ich trotzdem meiner Meinung nach, dadurch, dass ich halt viele Frauen kennengelernt habe in meinem Leben, mich mit vielen Menschen generell so unterhalten habe und das Thema für mich schon immer so interessant war, das Thema zwischen Mann und Frau, dass ich da sehr viel Input gesammelt habe und auf jeden Fall ein gewisses Verständnis für die Frau habe, für den Mann habe und dass ich da schon auf jeden Fall so drüber quatschen kann. Weißt du, was ich meine? Man muss ja kein Master sein. Also ich muss ja jetzt nicht zehn Kinder haben und irgendwie 80 Jahre mit meiner Frau zusammen sein, damit ich da irgendwie was drüber sagen kann, weißt du? Ich setze mich jetzt nicht hin und gebe die heftigsten Beziehungs-Advices. Ich kann nur halt aus meiner Erfahrung sprechen, weißt du? Was ich gehört habe, was ich gelernt habe, was ich aus meiner Beziehung mitgenommen habe und so. Das versuche ich halt einfach mitzugeben. Nicht mehr, nicht weniger. Findest nice, dass du live bist, voll entspannt. Und Juno, sit in, man. Ich küsse dein Herz, Bruder. Dabei ist ja alles, Bro. Hast du einen Tipp gegen die Angst vor Erfolg? Irgendwie ist der Drive da, aber die Angst steht im Weg. Mit den Fragen, was ist, wenn was passiert, wenn das kommt und, und, und. Also der ultimative Advice ist eigentlich, und ich schaffe das selber auch nicht immer. Ich bin auch ein Typ, der sich sehr viel Gedanken macht und den seine eigenen Gedanken auch schon in seiner Vergangenheit öfter mal auch gebremst haben. Und am besten hat alles funktioniert, wenn ich einfach wirklich im Moment war, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich einfach einen Fick darauf gegeben habe, was passieren könnte oder nicht passieren könnte, was in der Vergangenheit war oder nicht war, sondern einfach immer versucht habe, hier zu sein, Spaß zu haben an dem, was ich tue, zu lieben, happy zu sein, positiv zu sein und einfach die Dinge zu tun. Umso mehr du es schaffst, im Moment zu sein und dich so versuchst, die Gedanken und so rauszuschalten, umso mehr kannst du dich darauf fokussieren, die Dinge wirklich umzusetzen. Das ist eine Sache, die ich aber dann auch immer erst merke, wenn es dann soweit ist, weißt du? Es ist manchmal schwer, sich aus diesem Gedankenchaos irgendwie rauszuarbeiten und einfach zu machen, aber ich gebe dir da als Tipp so, ich schwöre, sowas wie Meditation kann auf jeden Fall helfen, dass du mehr im Moment bist und vor allen Dingen, versuch auch so Stimmen auszublenden von außen, weißt du? Zieh dir nicht zu viel rein, vergleich dich nicht zu viel mit anderen Leuten, dass du gar nicht dieses anschmeißt, so was wäre wenn und dann könnte ich da hinkommen und dann könnte das passieren oder hier passieren oder so, mach einfach, weißt du? Mach einfach, sei einfach, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine Idee hast, setz die Idee einfach so gut wie möglich um, mach alles dafür, dass du dein Bestes gibst, so und dann hau es raus, tu es einfach und dann, Gott hat einen Plan für dich, weißt du, was ich meine so? Vertrau, vertrau einfach, vertrau auf dich, vertrau auf dein Herz, vertrau auf Gott und geh den Weg, straight, forward, bro. Ich küsse dein Herz, was ist denn deine Idee, Bruder? Was ist das für ein fresher Pelz, bro? Pelze denn, motherfuckers. Gib mir die Pelzi-Vibes, Alter. Was für einen Tipp kannst du jemandem geben, der studiert und arbeitet, aber nebenbei gefühlt nichts macht, also Hobbys etc. hat? Dinge auszuprobieren, Bro. Also ich war immer ein sehr wissbegieriger Typ, der auch sehr viel Spaß an vielen Dingen gefunden hat und das sollte man sich auch beibehalten, so. Als Kinder sind wir so, dass wir immer gucken, okay, krass, wo kann ich was lernen? Hier ist ein neues Spielzeug, wie funktioniert das und so. Und das geben wir immer mehr auf im Alter, weil wir immer mehr Sachen in unser Leben reinbekommen, wo wir Verantwortung haben, wo wir, ja, sowas wie du gesagt hast auch, natürlich Ausbildung, Schule und so, es kommen immer mehr Verantwortung in dein Leben, sodass du diesen spielerischen Charakter ein bisschen verlierst, so. Und den solltest du aber beibehalten. Immer mal wieder irgendwas Neues entdecken, neues Thema, dich mit einem neuen Thema beschäftigen, Sport machen, such dir eine Sportart aus, wo du denkst, oh, das könnte mich interessieren. Geh da hin, mach das mal, probier es aus, lerne ein Instrument. Keine Ahnung, Alter, fang an zu singen und so. Lass dieses kleine Kind in dir immer wieder neue Dinge entdecken. Das ist wichtig, glaube ich, um glücklich und frei zu sein, so. Sieht voll flauschig aus, Bruder, ist auch brutal, so. Smooth, Digga. Smooth with him, motherfucker. Smooth. Der Levan sagt, ich hab mir, ich hab deine Mexiko-Videos angeschaut und ich muss dir sagen, es ist echt schwer zu glauben, dass du und Laura noch nichts hattest. Hatten wir nicht, Bro. Warum soll ich lügen, Digga? Ich meine, ich bin so offen bei diesen Themen, eigentlich schon immer gewesen. Warum soll ich lügen, weißt du, was ich meine? Es bringt mir nichts. Laura ist ein guter Mensch und ich hab die kennengelernt und die war für mich da in Phasen, wo nicht viele Leute für mich da waren, so. Und die hat mir gut getan. Wir haben eine seelische Verbindung miteinander, wenn wir reden. Es tut uns beiden gut. Und deswegen sind wir befreundet, so. Auch wenn das manche Leute nicht glauben können, das sind Facts. Und das sind Facts. Und das sind Facts.